Was haben wir denn hier schönes? Ja, das Dreiklangbombenrohr ist es nicht mehr, sondern die Wrap von EXPLODE 9 Shoes gekauft bei Pyroland mal wieder. Kostet ca. 3 Euro. Mal schauen, die anderen EXPLODE Batterien zu dem Preis fand ich persönlich bisher ziemlich gut. Mal schauen wir mal. So, ziemlich geil.